Liebe Gäste des Hotel Amalenhof in Weimar, jetzt ist es wieder soweit, die dunkle Jahreszeit, sie steht vor der Tür. Aber keine Angst, ich werde in diesem Jahr ein bisschen Licht in ihren Alltag bringen. Wer bin ich? Mein Name ist Christian Eckert. Ich habe selbst Kunst und Geschichte studiert und führe schon bereits seit mehr als 15 Jahren interessierte Gäste durch das wunderschöne Weimar. Unter anderem auch zum Thema Bauhaus. Und das möchte ich auch mit Ihnen tun. Und zwar in einer ganz speziellen Tour, dem Bauhaus Laternenspaziergang. Was ist das? Der Bauhaus Laternenspaziergang geht zurück auf die Feste am Bauhaus. Eines davon war das Laternenfest. Damals haben alle Studierende verschiedene Laternen gebastelt und sind dann gemeinsam zu den Wohnstätten der einzelnen Meister gelaufen. Man hat sie abgeholt, ist dann in den Park gegangen und hat dort ein Picknick gemacht. Und wir wollen dem Ganzen ein bisschen nacheifern und wollen gemeinsam die verschiedenen Wohnstätten der Bauhäuser hier in Weimar entdecken. Dabei werde ich Ihnen allerhand Interessantes zu den einzelnen Künstlerpersönlichkeiten erzählen, aber auch eine Menge Anekdotisches und Amüsantes aus den Anfängen hier in Weimar. Selbst für diejenigen, die denken, schon alles über das Bauhaus zu wissen, gibt diese Tour noch einmal völlig neue Einblicke. Also, kommen Sie nach Weimar, nehmen Sie am Bauhaus Laternenspaziergang teil. Wir freuen uns auf Sie!